herzlich willkommen zum video und heute will ich euch zeigen wie ich es geschafft habe innerhalb von fünf stunden 50.000 klicks auf meinem account als anfänger zu erhalten und zwar sind wir hier in meinem tiktok account und wir sehen hier dieses video habe ich vor vier stunden hochgeladen das andere vor sechs ok also sind es mittlerweile schon sechs stunden eben waren es noch fünf und wir sehen hier dass ich trotz meiner geringen followerzahl diese klicks erhalten habe wie ich das geschafft habe erzähle ich jetzt und zwar ist es auf tik tok einfach viele klicks zu bekommen da tik tok noch in der anfangszeit quasi steckt und ja nicht so alt ist wie zum beispiel instagram auf instagram ist es extrem schwer viele klicks zu bekommen wie ich das jetzt geschafft habe hier und ich zeige nochmal das ist alles echt hier hier auf die benachrichtigung es ist nichts gefakt nichts gekauft heutzutage kaufen wir leute auch sich ganz gerne mal klicks oder likes was auch immer habe ich nicht gemacht und ich habe hier einfach den trend gesucht hier white girls can't twerk ist der trend aktuell habe ich einfach meine tür gefilmt und normalerweise erwarten leute bei diesen videos dann damen die dann wie gesagt twerken und ich habe einfach nur meine tür gefilmt und dann quasi getrollt ich habe so getan als ob da jetzt eine kommt aber es kam gar keine es soll witzig sein und naja in gewisser weise ist es natürlich auch witzig aber worauf es hier ankommt auf die klicks es hat mir als anfänger quasi so viele klicks beschert wie ich sonst niemals bekommen hätte deswegen der tipp von mir nutzt die trends aus wenn ihr dann erstmal viele klicks habt könnt ihr damit auch geld verdienen dazu habe ich aber allerdings andere videos gemacht link in der beschreibung da habe ich eine playlist wie man tik tok dieses jahr für sich nutzen kann weil tik tok aktuell die gehypteste plattform ist und ja für weitere videos könnt ihr gerne abonnieren ansonsten bis zum nächsten mal ciao